so da sind wir beim nächsten opening und heute ein secret layer monty python and the holy grail volume one monty python ganz ganz großartig ich liebe monty python das secret layer hat mich so lange zitiert bis ich herausgefunden habe dass es zwei volumes gibt diese zweite zeige ich euch auch die tage irgendwann aber ja dementsprechend gucken wir uns das mal an monty python ganz 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 großartig one second thought let's not go to camelot it's a silly place und das ist wahr wenn man auf den film geht ist das absolut wahr und wir haben ihr thank you for being part of the glare dann kommen wir zu den karten karten ganz 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 großartig sehr viel liebe drin gemacht sehr viel wunderschöne sachen die hier ein einzug einzug erhalten tatsächlich mit ganz viel lieber wie es sonst nur von universe beyond gewohnt bin wobei man sagen muss also es steht nicht universe beyond drauf aber dieses x in der mitte ist meistens schon so ein zeichen dass es da irgendwo hingeht muss man einfach sagen wie es ist gut gucken uns die karten an wir haben tim the enchanter wenn ich so geil wenn sie das zur genommen zur den schalter zur tim der enchanter aber der effekt passt ganz gut drama 1 1 tappen tim der enchanter deals one damage to any target there are some who call me tim dann haben wir bring out the dead bird alive sehr sehr gute karte tatsächlich drei mona sorcery wird es durch unser deck nach drei kreaturen karten legen sie in den friedhof und mischen die am getting better no you're not you'll be stood dead in the moment so so schön dann this but a scratch ja das ist nur eine 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 ein kratzer a scratch your arm is off wo der schwarze ritter dann irgendwann auf einem bein da rum kriechen ist und so weiter mega cooles dismember tatsächlich dann haben wir birds of paradise african swallow okay it's not a question if he grips it ist es eine doppelkarte es war eine doppelkarte oder dann haben wir den european swallow it's a simple question of weight ratio sehr sehr cool dann haben wir noch einen three visits we want a shrubbery zwei mana forest one that looked nice but not so expensive the night who says nie sehr sehr cool und unsere karte und darunter ist goblin bombardment das kauterpult oh mein gott zwei mana enchantment fetch lawi la wach 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 ich gehe gar nicht so die aber auch nicht dementsprechend das ist monty python part 1 das secret layer mega mega cool das wurde mir zur verführung gestellt vom leben leon vielen vielen dank dafür und wie immer an dieser stelle vielen vielen dank an meine patrons ihr unterstützt mich immens ihr helft mir sehr sehr großartig und vielleicht wollt ihr mich auch unterstützen. Ab 3 Euro im Monat könnt ihr mich unterstützen bei Patreon oder bei YouTube-Membership. Überlegt es euch, wenn ihr es machen könnt, wenn ihr es machen wollt, bitte, 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 sehr, sehr gerne. Allerdings, wenn ihr sagt, nee, kann ich nicht, möchte ich nicht, kann ich mir nicht leisten oder möchte ich mir nicht leisten, überlegt euch, ob ihr einen Daumen nach oben da lasst, ob ihr abonniert und ja, euch noch ein paar Videos von mir anschaut. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseat. Ciao, ciao. Ciao, ciao.